Musik Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Dautner. Herzlich willkommen und schön, dass Sie zu später Zeit bei uns sind. Einen guten Abend. Bei einem Jubiläum geht es ja in launiger Runde meist fröhlich und heiter zu. Und wenn man 75 wird, da gibt es viel zu erzählen über die NATO. Am 4. April 1949 wird das Militärbündnis gegründet. Von damals zwölf Staaten. Das Ziel, sich gegenseitig zu schützen. 1955 kommt die Bundesrepublik Deutschland dazu. Mit dem Fall der Mauer verändert sich die NATO und erweitert sich Richtung Osten. Als Reaktion auf den Terror vom 11. September 2001 in New York wird zum ersten und bisher einzigen Mal der Bündnisfall ausgerufen. Also alle helfen dem Angegriffenen. Als Russland im Februar 2022 die Ukraine überfällt, geht es plötzlich darum, sich konkret auf einen Krieg in Europa vorzubereiten. Inzwischen hat die NATO 32 Mitgliedstaaten. In Washington wird der Jahrestag heute festlich begangen, in sehr großer Runde und in einer Zeit, in der eigentlich nur wenigen zum Feiern zumute ist. Tina Hassel. Eigentlich soll es ein großer Wurf werden, nicht nur beim Baseball. Stoltenbergs letzter NATO-Gipfel als Generalsekretär. Zum Jubiläum will das Bündnis ein Signal der Stärke und Geschlossenheit senden. Doch schon bevor der Gipfel losgeht, wird er überschattet von brutalen russischen Raketenangriffen auf die Ukraine. Vor allem auf das größte Kinderkrankenhaus in Kiew. Russland bestreitet dafür, verantwortlich zu sein. Von Kiew vorgelegte Beweise sprechen eine deutlich andere Sprache. US-Präsident Biden verurteilt den Angriff scharf. Er sei eine grausame Erinnerung an die Brutalität Russlands. Gemeinsam mit unseren Verbündeten werden wir neue Maßnahmen zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung ankündigen, um die ukrainischen Städte und die Zivilbevölkerung vor russischen Angriffen zu schützen. Präsident Zelensky hatte sich zum NATO-Gipfel mindestens sieben neue Patriots oder ähnliche Flugabwehrsysteme gewünscht. Doch das gestaltet sich schwierig. Deutschland ist vorangegangen, indem wir jetzt ein drittes Patriot-System zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben in der Tat aus sehr guten Gründen andere in Europa und anderswo in der Welt gebeten, dass sie mehr tun. Auch der ukrainische Präsident ist heute schon in Washington. Gemeinsam mit seiner Frau legt er Blumen am Mahnmal für den Holodomor nieder. So wird der Versuch der Sowjetunion bezeichnet, die Ukraine 1932 auszuhungern. Zelensky fordert die NATO-Partner auf, mehr zu tun. Wir kämpfen um zusätzliche Sicherheitsgarantien, um Waffen, um mehr finanzielle und politische Unterstützung. Wir drängen auf entschlossene Maßnahmen der USA und der Europäer, auf etwas, das unsere Soldaten stärkt. Kurz vor dem NATO-Gipfel ein Militärmanöver in Alaska unter Führung der deutschen Luftwaffe. Die Eurofighter trainieren mit anderen Alliierten für den Bündnisfall. Etwa 60 Kampfjets, Tankflugzeuge und Hubschrauber sind beteiligt. Danach geht es weiter, einmal um die Welt in den Pazifik. Denn auch in dieser Region wachsen die Spannungen. Deshalb sind Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland Gäste auf dem Gipfel. Sehr zum Ärger Chinas. Das sogenannte Sicherheitsversprechen der NATO geht auf Kosten der Sicherheit anderer. Die NATO ist ein Risiko für die Sicherheit in der Welt und in dieser Region. Das Bündnis steht nicht schlechter an seinem 75. Geburtstag. Zwei neue Mitglieder, Schweden und Finnland, sind dabei. Immer mehr Staaten erfüllen das Zwei-Prozent-Versprechen, darunter auch Deutschland. Wenn da nur nicht die Sorge wäre, ob Gastgeber Biden noch fit genug ist, um die Allianz durch die vielen Krisen zu führen. Nur das steht nicht auf der Tagesordnung, zumindest offiziell. Gudrun Engel in Washington. Gudrun, alle gucken auf Joe Biden, nachdem seine Fitness und seine mentale Verfassung zuletzt so sehr angezweifelt wurden. Wird das NATO-Treffen für den US-Präsidenten zur Bewährungsprobe? Ja, auf jeden Fall. Denn natürlich schauen alle auf ihn. Er ist vor wenigen Minuten hier hinter uns im Mellon Auditorium angekommen. Da findet ja der große Festakt statt. 75 Jahre NATO. Weil genau hier an diesem Ort vor 75 Jahren der Vertrag unterschrieben wurde. Er ist also schon da, aber er ist drin. Denn es ist unfassbar heiß. Das Thermometer zeigt so um die 40 Grad. Deswegen findet der Empfang jetzt auch drinnen statt und nicht mehr draußen. Alle wollen natürlich wissen, wie fit ist er, wie geht es ihm. Er selbst hat einen Brief geschrieben an die demokratischen Abgeordneten hier im Kongress und hat ihnen ganz klar signalisiert, ich weiß, ich höre euch, ich weiß, dass ihr Bedenken habt. Aber ich bin der Überzeugung, dass ich Donald Trump schlagen kann. Ich bin der Einzige, der das hinkriegt. Also kommt jetzt mal langsam drüber weg. Das heißt, die Abgeordneten haben sich heute Morgen alle getroffen, sich mal kurz tief in die Augen geschaut. Aber so wie es aussieht, ist Joe Biden der Kandidat. Und er hat auch vor, das zu bleiben. Gut, Rudin, bis Donnerstag beraten die 32 Mitgliedstaaten der NATO, die ja in eine unsichere Zukunft blickt. Was werden die ganz großen Knackpunkte dieses Treffens sein? Na ja, zunächst mal sagt man erst mal ein herzliches Willkommen an die beiden neuen Mitglieder Finnland und Schweden. Und dann muss man sich natürlich auf einiges einigen, wie man in Zukunft weitergehen will, in Sachen Ukraine beispielsweise. Denn die Angriffe des vergangenen Tages haben ja gezeigt, dass das nach wie vor ein drängendes Thema ist. Und Präsident Zelensky ist hier und hat natürlich den dringenden Wunsch, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Doch ganz so einfach, wie das noch im vergangenen Jahr in Vilnius aussieht, scheint das gar nicht mehr zu sein. Das heißt, die Ukraine ist ein großes Thema. Wie da weiter? Und eben auch die Frage, wer kann was liefern? Wie kann man das Ganze zukunftssicher absichern? Denn in der Tat, in den USA stehen Wahlen an. Und wenn Donald Trump die Wahl gewinnen würde im kommenden November, dann ist eben die Frage, er ist sehr NATO-skeptisch, wie geht man da weiter vor? Deswegen heißt es beispielsweise jetzt auch, dass man die ganze Ukraine-Koordinierung von den USA wegziehen will, hin zu einer NATO-Koordinierungsstelle, die in Wiesbaden beheimatet sein soll. Und von dort aus will man dann eben die Ukraine-Hilfen der NATO koordinieren. Gudrun Engel, vielen Dank nach Washington für diese Einschätzung. Danke. Tja, die Herausforderungen dieser Zeit sind gewaltig für die Politik und für jede und jeden Einzelnen. Was wir nicht auch noch brauchen, ist eine neue Pandemie. Genau davor warnen aber gerade einige, nachdem bei Milchkühen in den USA das Vogelgrippe-Virus H5N1 nachgewiesen wurde. Mittlerweile schon in zwölf Bundesstaaten. Das hat sich in bisher wenigen Fällen durch Schmierinfektionen auch auf Menschen übertragen. Die Verläufe waren jedoch mild. Bislang erscheint die Situation also überschaubar. Kein Alarmismus. Und doch stellt sich jetzt die Frage, was ist zu tun, damit das auch so bleibt? Auch wenn die Vögel wie heute über dem Stall des Milchguts Barnitz kreisen, Jan Tanneberger macht sich gerade noch wenig Sorgen. Er ist Landwirt und verantwortlich für etwa 1000 Kühe, hier auf dem Bauernhof mitten in Brandenburg. Man hat es gehört und man beschäftigt sich auch damit. Vogelgrippe ist eine Geschichte von vielen. Die sie jeden Tag im Auge behalten. Dass sich ein Milchbauer überhaupt Gedanken über die Vogelgrippe machen muss, ist neu. Obwohl das Virus seit Jahrzehnten kursiert, Wildvögel haben es mittlerweile über die ganze Welt verbreitet und so auch fleischfressende Säugetiere wie Nerze, Katzen und Bären infiziert, wenn diese einen infizierten Vogel gefressen haben. Und zuletzt haben sich Kühe in den USA mit dem Vogelgrippe-Virus infiziert. Wieder was Neues. Im Moment ist es noch weit weg. Und zwar in Amerika. Wir haben hier in Deutschland, soweit ich weiß, noch keinen Fall. Und wir selbst hier haben nur Tiere, die aus dem eigenen Bestand sind. Also es wird kein Tier zugekauft von woanders her. Das bringt auch schon ein bisschen Sicherheit. Anders die Situation in den USA. Mindestens 140 Rinderherden in verschiedenen Bundesstaaten befallen mit dem wandlungsfähigen Influenza-A-Virus. Die Dunkelziffer wurde deutlich höher. Wie genau das Virus dort auf die Kühe überspringen konnte, wird noch untersucht. Die Fälle jetzt in den Rindern sind etwas Besonderes, weil normalerweise sind Rinder für solche Viren nicht sehr empfänglich. Und es gab so etwas auch noch nicht. Deswegen schon diese erhöhte Aufmerksamkeit in Richtung dieser Situation. Und auch der ganz klare Hinweis aller Experten, diese Situation sollte auch gestoppt werden. Denn seit April gibt es in den USA auch 4 bekannte Fälle von Infektionen von Kuh zu Mensch. Bisher mit milden Verläufen. Finnland hat bereits reagiert und impft als erstes Land weltweit. Risikogruppen wie Pharma-Arbeiter oder Tierärzte. Impfungen, die wohl auch bei weiteren Mutationen des Virus wirksam wären. Wir haben eigentlich schon Impfstoffe. Sie müssten dann angepasst und dann produziert werden. Also was anderes als bei Corona, als es noch gar nichts gab, wo man selbst die Prototypen erst mal herstellen musste. In Deutschland wurde das Vogelgrippe-Virus bisher aber weder in Kühen noch in der Milch nachgewiesen. Derzeit gilt, vorerst keine Sorge bei kreisenden Vögeln über einem Kuhstall. Ich spreche mit dem Virologen Martin Bär. Er ist Vizepräsident des Friedrich-Löffler-Instituts, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Guten Abend, Herr Bär. Guten Abend. Es gibt Experten, die jetzt sagen, eine neue Pandemie ist so gut wie sicher. Würden Sie sich da anschließen? Man muss das Geschehen insgesamt einordnen. Und da ist der Status nach wie vor, dass das Risiko, das von diesem H5N1-Virus ausgeht, als gering anzusehen ist. Das sagen nicht nur die WHO, sondern auch die europäische Gesundheitsbehörde ECDC. Wir sind in einer Phase hoher Aufmerksamkeit. Das Geschehen muss genau beobachtet werden, auch das Geschehen in den USA. Aber es ist keine Erhöhung des Besorgnisgrades im Moment. Das Risiko für die Gesamtbevölkerung wird als gering eingestuft. Okay. Noch betrifft, Sie sagen es gerade, das Virus vor allem Milchkühe in den USA und verbreitet sich dort aber sehr schnell. Wäre eine Entwicklung wie in den USA auch hierzulande denkbar? Das ist äußerst unwahrscheinlich. Diese Art Virus gibt es bereits seit vielen, vielen Jahren. Und das Geschehen in den USA scheint wirklich ein sehr seltenes Ereignis zu sein. Theoretisch ist es möglich, aber wir sehen überhaupt keine Hinweise. Also wir haben in Europa, in Deutschland keinerlei Hinweise auf ein ähnliches Geschehen. Und wir haben auch vorsorglich bereits Untersuchungen durchgeführt, mehrere hundert Tankmilchproben. Dort kann ich das Virusgenom nachweisen, wurden in Deutschland untersucht, auch Serumproben von Tieren an der Küste, die vielleicht Kontakt zu infizierten Wildvögeln haben könnten. Und die waren alle negativ. Also keine Hinweise auf ein ähnliches Geschehen bei uns. Warum ist es denn so wichtig, das Virus bei den Kühen zu stoppen? Das ist das erste Mal, dass dieses Virus, was ja eigentlich ein Vogelvirus ist, das ist seit mehreren Jahren das Virus, das den Namen 2344B trägt und sich fast global verbreitet hat. Eben auch über Europa nach Nordamerika, aber auch Südamerika. Und es verbreitet sich dort hauptsächlich in Wildvögeln und immer wieder im Geflügel. Und jetzt ganz neu eben dieser Weg ins Rind. Und der war offensichtlich möglich, weil das Rinderäuter die gleichen Rezeptoren trägt wie Vögel. Also wir haben ein sehr spezielles Geschehen. Und das Virus wird dann im Melkvorgang offenbar weitergegeben von Kuh zu Kuh. Wir wollen natürlich nicht, dass sich so ein Virus, was es bei Rindern noch nie gab, bei Wiederkäuern, an eine neue Spezies anpasst. Das ist ja auch eine Spezies, die engen Kontakt mit Menschen haben kann, Lebensmittel produziert. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man das Geschehen unter Kontrolle bringt, bevor das Virus sich besser an das Rind anpasst. Sie haben vorhin schon gesagt, die Gefahr für den Menschen ist im Moment sehr gering. Vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen konkretisieren. Wie weit sind wir noch davon entfernt, dass das Virus von Mensch zu Mensch überspringt? Wie wahrscheinlich ist das? Also was wir ja beobachten, sind immer wieder diese Einzelüberspringe. Und man muss dazu wissen, dass gerade diese Virusgruppe, die sich so weit verbreitet hat, diesen Sprung auf den Menschen sehr selten gemacht hat. Weniger als 20 Mal seit 2016 und kein einziges Mal von Mensch zu Mensch. Das heißt, das Virus hat diese Hürden, die es überwinden muss dafür, noch nicht überwunden. Also da ist immer noch eine Barriere, die glücklicherweise das Virus nicht geschafft hat. Und deswegen auch diese Einstufung. Und auch wenn es noch so weit weg ist, viele machen sich jetzt direkt Sorgen, dass man sich über die Milch von infizierten Kühen anstecken könnte. Ist das möglich? Also in Europa, in Deutschland haben wir diese Situation ja nicht. Also ist die Diskussion ausschließlich für die Vereinigten Staaten zu führen. Und dort wurde sehr schön gezeigt, dass die Behandlungsverfahren, das Pasteurisieren, also unsere normale Milch, die hitzebehandelt ist, dort würde das Virus inaktiviert werden. Das wurde in den USA gezeigt, in den Vereinigten Staaten. Und nur dort wäre es dann die Rohmilch, die unbehandelte Milch, wo ein theoretisches Risiko besteht. Aber wie gesagt, viele Hürden noch, das Virus ist gering zoonotisch. Das wäre der Fachausdruck. Also nur schwer auf den Menschen übertragbar. Man muss es aber, wie gesagt, beobachten, auch jede Veränderung beobachten, damit man rechtzeitig reagieren kann. Sagt der Virologe Martin Bär vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Tja, wie gut sind wir auf eine neue Pandemie vorbereitet? Die Frage stellt sich, während wir die Vergangene noch gar nicht los sind. Zum Beispiel die Maske. Sie verhängt zwar nicht mehr unsere Gesichter, aber sie hängt uns noch ziemlich nach. Vor allem dem damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dem vorgeworfen wird, er habe damals viel zu teuer, viel zu viele Masken eingekauft. Und was jetzt noch hinzukommt, qualitativ viel zu schlechte. Nadine Bader und Iris Seiram über einen schwerwiegenden Vorwurf. Es ist der Corona-Winter Anfang 2021, als es in dieser Pflegeeinrichtung bei Neumünster in Schleswig-Holstein zu einem Corona-Ausbruch kommt. Fünf Pflegebedürftige sterben. Das Pflegepersonal verunsichert. Wir haben gesagt, wenn die Mitarbeiter so vorsichtig sind und wir alle Vorgaben erfüllen, mehr als vorgegeben ist, dann kann es vielleicht sein, dass etwas nicht in Ordnung ist mit den Schutzmaterialien, die wir benutzen. Die Einrichtung hatte von der Bundesregierung Schutzmasken geschenkt bekommen. Und zwar vom Modell KN95 aus China. Einige der Masken wiesen Mängel auf. Ein Zusammenhang zwischen Masken und den Sterbefällen konnte bis heute nicht nachgewiesen werden. Aber das Gesundheitsministerium in Kiel warnt damals, nicht verwenden. Der ehemalige Gesundheitsminister von Schleswig-Holstein erinnert sich an den Vertrauensverlust in die Masken vom Bund. Menschen müssen sich darauf verlassen können, gerade Menschen in der Pflege, dass sie mit gutem Material versorgt werden, gerade in einer solchen Situation. Ein Bericht des Bundesrechnungshofs kommt nun zum Ergebnis. Der Prüfvorgang für Masken wurde 2020 modifiziert und verkürzt. Um Versorgungslücken schnell zu schließen, hatte das Bundesgesundheitsministerium, kurz BMG, das veranlasst. Die Kritik des Rechnungshofs? Dieser verkürzte Prüfvorgang wurde beibehalten, auch als das nicht mehr nötig war. Es ist aus Sicht des Bundesrechnungshofes unverständlich und unzweckmäßig, dass das BMG an verkürzten Prüfverfahren auch noch festhielt, nachdem die befürchtete Versorgungskrise in der Akutmedizin im Sommer 2020 abgewendet worden war. Beschafft hatte die Masken der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Zum Eklat in der Großen Koalition kam es 2021, als Spahn die teuren und fragwürdigen Masken loswerden und an Obdachlose und Hartz-IV-Empfänger verteilen wollte. Spahn versichert damals, dass auch diese Masken, um die es dort geht, geprüft sind, nachweislich geprüft sind, auch in Laboren geprüft sind. Sie sind sicher. Mittlerweile ist das Bundesministerium für Gesundheit SPD geführt. Dennoch hat es die Vorwürfe des Rechnungshofs, dem ARD-Hauptstadtstudio gegenüber, mehrfach zurückgewiesen. Vor der Kamera räumt Karl Lauterbach nun ein. Damals waren auch schlechte Masken im Umlauf. Das Prüfverfahren hatte einen etwas niedrigeren Standard, weil es gab nicht nur gute Masken. Heute könnte das nicht mehr vorkommen, weil wir den Standard jetzt erhöht haben. Ein Großteil der damals teuer angeschafften, minderwertigen Masken wurde nicht verteilt, sondern eingelagert und ist vermutlich mittlerweile vernichtet worden. Jetzt gehen wir noch in die Luft. Ein ziemlich begehrtes Areal gerade. Gilt es doch immer mehr Technik ins Ei zu bringen, mit der das digitalisierte Leben auf der Erde gesteuert wird. Da will man sich in Europa schon alleine wegen möglicher Spionage nicht unbedingt auf russische und chinesische Raketen verlassen. Darum ist heute Abend Ariane 6 gestartet, eine Trägerrakete der europäischen Raumfahrtagentur ESA. Doch schon vor dem Abheben wurde Kritik laut. Denn die Konstruktion ist, anders als bei anderen modernen Typen, nicht wiederverwendbar. Über den Start an der nördlichen Atlantikküste Südamerikas, in Französisch Guyana, in Kourou, berichtet Stefan Tröndle. Das ist Europas neue Weltraumhoffnung, die Ariane 6. Im Gegensatz zum Vorgängermodell gibt es beim Jungfernflug keine Probleme. Ein Bilderbuchstart. Um Punkt 21 Uhr deutscher Zeit ist die Ariane ins All gestartet. Der 1. Flug von Europas neuer Rakete. Auch ein erfolgreicher Test für ein neues technisches System. Kaum eine andere Rakete ist so flexibel. Das liegt am oberen Teil der Rakete, der neuen Oberstufe, gebaut und getestet in Deutschland. Die Ariane 6 kann mehrere Satelliten in ganz unterschiedliche Umlaufbahnen bringen. Das absolut Neue an Ariane 6 ist, dass wir eine wiederzündbare Oberstufe haben, die wir mehrmals an- und ausschalten können. Also mit dem neuen Triebwerk, dem MIGI-Triebwerk. Und das ermöglicht uns neue Missionen. Die Teile der Rakete kommen aus insgesamt 13 Ländern. Nach Frankreich ist Deutschland der wichtigste Partner. Die Oberstufe, 12 m hoch, 5 m breit, kommt aus Bremen. In Lampolzhausen bei Heilbronn laufen die aufwendigen Tests möglichst nah am Flugbetrieb. Das All ist ein Riesengeschäft. Wenn diese Technik funktioniert, hat die Ariane einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz von SpaceX, die wiederum recycelt ihre Raketen und lässt sie wieder landen. Und hat hier einen Kostenvorteil. Die Ariane 6, von der Kritiker sagen, sie sei bereits veraltet, soll also Europa wieder einen eigenen Zugang ins All bringen. Allerdings mit gut 4 Jahren Verspätung. Die Technik, die neue, schwerere Rakete, brauchte außerdem eine neue Startrampe. Kurz nach Beginn der Bauarbeiten kam die Corona-Pandemie. Die Entwicklung einer Schwerlast-Rakete ist ein hochkomplexes Unterfangen. Und vielleicht ist man am Anfang etwas optimistisch gewesen bei einigen Schätzungen, wie schnell und wie zügig etwas gehen wird. Künftig sollen den französischen Gourianer pro Jahr etwa 10 Ariane 6-Raketen ins All starten. Die ersten Flüge sind schon ausgebucht. Sogar Amazon-Chef Bezos setzt für sein Satellitennetzwerk auf die Europäer. Und die haben nicht nur kommerzielle Interessen. Wenn es darum geht, Satelliten ins All zu bringen, die auch im Krisenfall funktionieren sollen, dann wird man die ungern von nicht-europäischen Unternehmen ins All transportieren lassen. Da wird dann die Ariane das Mittel der Wahl sein. Also Kommunikationssatelliten, Spionagesatelliten, Aufklärungssatelliten. Die Ariane 6 soll also die Zukunft der europäischen Raumfahrt sichern. Und die Unabhängigkeit Europas im All. David Beck in Kourou. Das ist ja der Test, auf den Europa jahrelang gewartet hat. Wie hast du ihn selbst erlebt? Wir waren an der Aussichtsplattform, die am nächsten dran ist. Das sind ungefähr 8 Kilometer. Näher darf man gar nicht ran. Und es war wirklich ein Bilderbuchstart. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das Licht der Booster war unglaublich hell. Das habe ich nicht erwartet. Und dann nach ungefähr 20 Sekunden kam der Schall erst. Und da hat man die Gewalt dieser Rakete wirklich gespürt. David, das Gelingen dieses einen Starts gilt als unheimlich bedeutend, während Elon Musk praktisch fortlaufend Raketen in den Himmel steigen lässt. Wie weit fliegt denn Europa gerade hinterher? Ja, gar nicht so weit eigentlich. Vor allem jetzt mit dieser Ariane 6, die jetzt flugfähig ist. Die Ariane 6 hat eine andere Aufgabe als die Raketen von Elon Musk, die Falcon 9. Die Falcon 9 ist da, um Geld zu machen. Und die Ariane 6 ist in erster Linie dazu da, um Europa den Zugang zum All wiederzugeben, dass wir unsere Satelliten ins All schießen können, selber entscheiden können, wann. Natürlich soll auch so ein bisschen der kommerzielle Markt angezapft werden. Für den Amazon-Konzern werden zum Beispiel Satelliten ins All geschickt. Also damit will man dann auch noch ein bisschen Geld machen. David Beck, vielen Dank für deine Einschätzung aus Kourou in Französisch-Goyana. Dankeschön. So, und weitere Nachrichten des Tages hat jetzt Susanne. Der indische Premierminister Modi hat bei einem Treffen mit Russlands Präsidenten Putin zum Dialog für Frieden in der Ukraine aufgerufen. Krieg könne keine Probleme lösen. Zum russischen Angriff auf das Kinderkrankenhaus in Kiew sagte Modi in Moskau, der Tod unschuldiger Kinder sei sehr schmerzlich. Er vermiet es aber weiterhin, den russischen Überfall auf die Ukraine grundsätzlich zu verurteilen. Die Moskauer Justiz hat Haftbefehl gegen die Oppositionspolitikerin Julia Nawalnaja erlassen, die Frau des verstorbenen Kreml-Kritikers Nawalny. Sie werde verdächtig, Teil einer extremistischen Organisation zu sein, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. Nawalnaja wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Sie lebt im Exil. Für den Tod ihres Mannes hatte sie wiederholt den russischen Präsidenten verantwortlich gemacht. Israels Militär hat eine Zwischenbilanz seines letzten Einsatzes in Gaza stattgezogen. Mehr als 150 palästinensische Terroristen seien getötet worden. Die UN kritisierten unterdessen neue Aufforderungen zur Flucht in Gebiete, in denen israelische Militäroperationen durchgeführt würden. Im Süden des Gaza-Streifens soll in der Nähe der Stadt Chanyunes eine Flüchtlingsunterkunft bei einer Schule getroffen worden sein. Mitarbeiter von Nachrichtenagenturen vor Ort berichten von mehr als 20 Toten. Strom könnte für die Verbraucher in Deutschland künftig noch teurer werden, weil der Bau zusätzlicher Gasheizkraftwerke finanziert werden muss. Die geplanten Kraftwerke sollen eingesetzt werden, wenn nicht ausreichend erneuerbare Energie produziert werden kann. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne. Konkret plant die Bundesregierung eine zusätzliche Umlage für Stromverbraucher. Damit sollen neue Gaskraftwerke gebaut und bestehende modernisiert werden. Zwar ist die Höhe noch unklar, aber die Belastung für Verbraucher würde dadurch weiter steigen. Schon heute beträgt der Anteil von Steuern, Abgaben und Umlagen an den Stromkosten für Haushalte rund 27 Prozent. Die neue Umlage soll laut Medienberichten eine kleine Nachkommastelle betragen. Die Gaskraftwerke sind Teil der Pläne für ein neues Kraftwerkssicherungsgesetz, auf das sich die Ampel vergangene Woche geeinigt hatte. Nach diesen Plänen sollen neue Gaskraftwerke gebaut werden, die später mit klimafreundlicherem Wasserstoff betrieben werden können. Bestehende sollen umgerüstet werden. Wenn uns jemand irgendwie anders vorkommt, sind wir ganz schnell bei der Bemerkung, du tickst ja nicht ganz richtig. Bei solchen kurz hingeworfenen Sätzen vergessen wir meist, was sie wirklich meinen. Wer nicht richtig tickt, der tickt falsch. Der hat psychische Probleme. Genau mit solchen Vorurteilen, aber auch mit den Ängsten der wirklich Erkrankten, beschäftigt sich die Patientenantenne. Das sind Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung, die Radio machen und uns geschrieben haben, wir mögen uns das doch bitte mal anschauen und natürlich anhören. Und genau das haben wir gemacht. Viktoria Kleber war mittendrin in Berlin bei einer Live-Radiosendung, die nicht nur den Zuhörenden Kraft schenkt, sondern auch denjenigen, die selbst am Mikrofon ihre Geschichten erzählen. Nur noch eine Stunde, dann gehen die Radiomacher von der Patientenantenne auf Sendung. Schizophrenie lautet die offizielle Diagnose von Macke, Florentine von Cornelius und Nico Dinte. So nennen sich die drei in diesem besonderen Radio. Schizophrenie, eine psychische Erkrankung, mit der man die Welt anders wahrnimmt. Nur noch ein paar Minuten bis zur Sendung. Beim letzten Mal ganz witzig, wie wir das gemacht haben, dass wir uns das so ein bisschen aufgeteilt haben. Sollen wir das wieder so machen? Und dann geht es los. Heute ist Donnerstag, 16 Uhr. Die nächste Sendung ist die Patientenantenne. Und ihr hört? P-Radio 88.4. Mehr als 120 Sendungen haben sie hier im freien Radio schon gemacht. Aber mit dem Zählen nehmen sie es heute nicht ganz genau. Patientenantenne. Ja, willkommen bei unserer 3000. Sendung. Also für alle, die die letzten 2.999 Sendungen verpasst haben, Pech gehabt. Im Programm Lieder von Künstlern, denen es ähnlich geht wie den Radiomachern. Ich hab noch einen Koffer in der Psychiatrie. Mal sehen, wann ich hier rauskomme. Vielleicht nie. Ich hab noch einen Koffer. Vielleicht muss das so sein. Wie der Künstler in seinem Song sprechen auch Macke, Florentine von Cornelius und Nico Dinte über ihre Krankheit. Das kostet sie jedes Mal Überwindung. Ihren Hörern erzählen sie von ihrem Schmerz. Vor rund 13 Jahren hat mir dann wirklich sprichwörtlich die Beine weggerissen. Stimmenhören hat angefangen. Und wenn man wirklich den ganzen Tag zugequatscht wird, das ist teilweise wirklich, man kriegt so eine Birne so extrem. Und dann hat er irgendwann mal auf Arbeit rumgebrochen, da ist halt da mal die Fresse. Ich hab meine Arbeit verloren, ich hab meine Wohnung verloren. Ich hab ja den Kontakt zu vielen guten Freuden verloren. Also ich hab natürlich meine Ausbildung erfolgreich abgebrochen und die Ausbildung war so stressig. Und dann gleichzeitig noch die Psychosen, die immer wieder reingekrochen sind. Wenn Stress, sehr, sehr hohe Stresssituation da ist, dann kann es schon mal passieren, dass ich so trotz Medikamente kippe und dann plötzlich wieder so ganz sogar Stimmen höre. Also das kann schon passieren. Arbeiten, das ist für sie derzeit nicht möglich. Die drei leben im Betreuten wohnen, andere Psychose-Erfahrene hören ihnen in Berlin und auch anderswo übers Internet gerne zu. Weil sie hier ihrer Krankheit Raum schaffen. Die Patientenantenne ist ihre große Aufgabe. Nach einer Stunde ist sie für heute geschafft. Und dann würde ich sagen, können wir uns langsam verabschieden. Tschüss, bis in zwei Wochen. Ciao. Fanny Herzmann ist ihre Betreuerin. Vor fünf Jahren hatte ihr Kollege die Idee, die Schizophrenie-Erfahrenen mit der Sendung aus ihrem Alltag rauszuholen. Durch das Radio hätten die drei ihre eigene Geschichte besser gelernt zu akzeptieren. Das ist ja auch ein Schicksal. Das ist eine der schwersten Erkrankungen, die man haben kann. Und das muss man erst mal annehmen können. Nicht immer schaffen es alle drei hierher zu kommen. Dabei wollen sie mit ihrer Radiosendung viel erreichen. In erster Linie geht es mir tatsächlich persönlich darum, zur Endstigmatisierung beizutragen. Es gibt die einen, die sind sehr wohlwollend und die sind sehr tolerant und begegnen dir auf Augenhöhe. Aber es gibt leider auch die anderen, die Angst vor dir haben. Für heute ist die Sendung gelaufen. In zwei Wochen versuchen sie es wieder auf ein neues. Irgendwie wurmt es ja doch noch, dass heute Abend die Spanier im Halbfinale standen und nicht die Deutschen. Aber wenn es doch schon sein musste, dann sollte doch wenigstens Spanien ins Finale einziehen und dann bitteschön auch Europameister werden. Denn in einem Turnier gegen den späteren Sieger rausgeflogen zu sein, das macht zwar nicht glücklicher, tröstet aber wenigstens etwas über den Kummer hinweg. Tja, jetzt sind wir diesem Zuspruch näher gekommen. Spanien gewinnt gegen Frankreich mit 2 zu 1 und spielt am Sonntag um den Titel. Ralf Schold. Frankreichs Kapitän Mbappé erstmals wieder ohne Maske nach seiner Verletzung, startet nach herber Kritik an seiner Leistung perfekt ins Halbfinale. Mbappé selbst mit der Übersicht, Colomuiani mit dem Kopfball zur Führung, erst neun Minuten gespielt. Schon die dritte Vorlage zu einem EM-Treffer von Mbappé. Mbappé konsequent per Kopf, unhaltbar für Mbappé. Die Antwort der Spanier lässt nicht lange auf sich warten. Lamin Jamal kommt mit einem tollen Schuss zum Ausgleich. 21. Minute. Mit diesem Tor wird der 16-Jährige zum jüngsten Torschützen der EM-Geschichte. Ein besonderer Treffer für Spanien und Jamal. Frankreich verunsichert Spanien, legt nach. Zu kurzer Abwehr. Klasse Finte von Olmo. Den Schuss fällt Koundé unglücklich ins eigene Tor ab. 2 zu 1 für Spanien nach 25 Minuten. Die offizielle Entscheidung kein Eigentor, sondern der dritte Treffer für Dani Olmo im Turnier. Spanien führt verdient zur Pause. Frankreich erspielt sich in der zweiten Hälfte durchaus Chancen. Aber weder Chouameni noch Mbappé oder schließlich Hernández finden den Weg ins spanische Tor. Die Spanier verteidigen routiniert die knappe Führung. Die französischen Fans zusehends verzweifelt. Frankreich versucht alles, aber auch die letzte Chance von Griezmann segelt ins Aus. Frankreich geschlagen und Spanien erreicht nach einer kampfbetonten zweiten Hälfte das Finale. Dank des Traumtores von Lamin Jamal. Draußen gab es ja heute tagsüber die oft schon bedenkliche Dampfgasstufe 2. Sven, wie geht es weiter mit dem Wetter? Ich weiß gar nicht, ob das 2 oder 3 war, aber das ist irgendwo die Region gewesen. Und die nächsten Tage, jetzt kommt wieder mein Lieblingswort, wird es eher wieder wechselhaft. Schauer und Gewitter, gerade schon angekommen im Westen und Nordwesten Deutschlands, werden uns dann wieder häufiger beschäftigen. Wir gucken aber kurz mal auf die Temperaturspitzentabelle. Da sind sich einige Orte ziemlich einig geworden. Das war irgendwie der 34,3 Grad Hitzetag. Ab 30 ist ein Tag ja per Definition ein heißer Tag. Karlsruhe und auch Waghäusl-Kirlach beide in Baden-Württemberg. Und Wörth am Rhein in Rheinland-Pfalz haben diese 34,3 geschafft. Und ich habe einen Kollegen gehabt früher, der hat immer gesagt, nach der Hitze kommen die Blitze. Und genau das ist auch heute wieder passiert. Wir gucken mal auf den Radarfilm. Hier sehen Sie, wie am frühen Abend die ganze Zone hier mit den Schauern und Gewittern von Westen reingezogen ist. Im Moment besonders der Umkreis des Dollards Richtung Emden aktiv, aber auch hier runter bis Richtung Siegerland-Wittgensteinerland. Und als die Gewitter ankamen im Westen Deutschlands, gab es auch in Eschweiler eine Böe mit 107 Kilometer pro Stunde, also Windstärke 11. Das sind orkanartige Böen. Das flacht jetzt aber ab. Also die aktuellen Böen sind nur noch kaum über 60. Also das Ganze kommt langsam mal voran und der Film zeigt das nochmal hier. Das Rheinwandern dieser Zone kommt dann langsam in die Mitte voran, trennt immer, dass es eher Süd, Süd, West, Nord, Nord, Ost zieht. Und deswegen ist es im Osten lange trocken und klar. Aber morgen scheint es am Vormittag die Sonne rein und dann gibt es in der Osthälfte mit dem Frontensystem die stärksten Schauer und Gewitter. Darum auch unser Achtungszeichen, während es im Westen durch neuen Hochdruckeinfluss ein bisschen ruhiger wird. Temperaturen in den Frühstunden sehr weit oben, nicht unter 20 Grad, heißt Tropennacht. Berlin und Dresden, so Kandidaten für 22 Grad. Und morgen am Nachmittag geht es in der Osthälfte nochmal auf 30 oder in der Lausitz sogar drüber bis 33 Grad. Für die meisten 25 bis 29. Und dann kommt noch der Ausblick. Für Donnerstag und Freitag weiterhin gewittrig, wechselhaftig sagte es, Donnerstag noch bis 30, Freitag im Osten bis 31 Grad. Von Nordwesten dann ein bisschen in Anführungszeichen kühler, aber eben schwül, Jessie. Wir sagen ohne Anführungszeichen herzlichen Dank, lieber Sven Plöger. Mitternacht nährt sich und wir sind durch mit unserem Programm. Weiter geht es jetzt hier mit einem Fall aus der Serie ARD Crime Time. Und wir sehen uns morgen wieder, dann in der Pause des zweiten EM-Halbfinals Niederlande gegen England gegen 21.50 Uhr, so um den Dreh. Tschüss. 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 Tschüss.